Beim Friseurstudio Catwalk ist Ihr Haar in Expertenhänden. Das Ingolstädter Unternehmen besteht bereits seit über 10 Jahren und ist bei Herren, Damen und Kindern gleichermaßen beliebt. Von Waschen, Schneiden und Föhnen über Färben bis hin zu Haarbotox und Keratin-Anwendungen. Die erfahrenen Mitarbeiter finden garantiert das perfekte Styling für Sie. Ein absolutes Spezialgebiet sind die Haarverlängerungen und Verdichtungen. Nicht umsonst wurde dem Friseurladen hierfür der begehrte Goldstatus von Great Length verliehen. Für festliche Anlässe kreiert das sympathische Team tolle Hochsteckfrisuren und zur Hochzeit beeindruckende Brautfrisuren. Eine individuelle Stil- und Typberatung versteht sich hier natürlich von selbst. Im Salon können Sie zudem hochwertige Pflegeprodukte bekannter Hersteller wie etwa Redken oder Schwarzkopf erwerben. Friseurstudio Catwalk – genießen Sie den Top-Service auch in vier weiteren Filialen. Aufmerksamkeit 1 Untertitelung des ZDF, 2020